Das hier sieht auch nach Schwert aus. Dann können wir doch... Aber wenn wir da jetzt runterhopsen, dann macht das, glaube ich, ziemlich doll... Aua! Können wir hier nicht versuchen mit dem Seilpfeil, den hier... Ein Mospfeil... Gebt mir den Seilpfeil, den Seil... Da ist der Seilpfeil. Ist das Holz, ist es nicht Holz, können wir uns hier irgendwie... Ich vermute, es ist kein Holz, aber wir können es ja mal probieren. Nein. Der Seilpfeil war dann mal irgendwie umsonst. Na super. Was auch immer das hier sein mag. Sehr merkwürdig, sehr merkwürdig. Und hier alles voller Grillen, es zirpt ohne Ende. Komm, lauf weiter. Hier ist niemand. Ach, die müssen wir doch hier jetzt alle irgendwie mal plätten können. Das ist doch schon fast gar nicht mehr tragbar hier. So viele Wachen. Ich höre nichts. Das war wohl nichts. Du gehst da lang? Gut, hier ist jetzt... Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Wie geht das denn schon wieder? Das war deine letzte Chance. Du kommst doch gar nicht hier runter. Mach mal nicht so ein... Wo sind wir denn jetzt hier? Wo sind wir? Ach, das ist doch... 10.000 Gänge hier. Hier ist nichts. Da... Wo müssen wir lang gucken? Ach. Wo sind wir denn jetzt hier? Waren wir hier schon hier? Waren wir... Hallo? Das ist doch... Ich werde hier irre. Das ginge in 10 Richtungen hier. Äh, äh... Wir müssen nach links. Nein, da ist wieder eine Sackkasse. Hä? Hier hoch. Nein, auch wieder eine Sackkasse. Müssen wir nach links hier. Hier hoch. Oh ja. Und er sucht uns noch. Ich will hier doch nur... Irgendwie gibt mir das Schwert und ich bin weg. Ach, und dann höre ich doch schon wieder einen Kollegen anlatschen hier. Da mache ich doch gleich mal dunkel. Der kommt doch direkt auf uns zu hier. Ich höre es doch. Ich höre es doch. Ja. Nein. Bist du irre? Deinen Kopf so weit raus zu stecken? Hat sich da was bewegt? Ach, das... Das glaubst du doch nicht. Das glaubst du doch nicht. Hier wird das Lachen vergehen, wenn meine Brüder... Ja, wenn deine Brüder kommen, Kollege. Ist schon klar. Aha. Ach. Also wir sollten uns erstmal... Wo sind wir denn hier? Ach, dieser Boden, der ist aber auch... Der ist aber auch... Tückig. So. Da mache ich auch gleich nochmal... Dunkel und... Da können wir nicht dunkel machen. Wo geht's denn hier hin? Ach du... Ach du Heilige! Wer baut denn sich so ein Haus? So. Wo geht's hier lang? Das sieht doch schon wieder gut aus. Da kommen wir doch wieder zu unseren... Was ist hier? Hier quietscht irgendwas? Das waren irgendwelche Vögel. Na super. Das kennen wir doch auch hier. Das... Da haben wir doch den ersten von umgeplättet, ne? Na gut. Wenn das irgendwie nicht funktionieren soll, dann... Gehen wir doch wieder hier hin. Und... Kommen wir da unten durch? Kommen wir unten durch. Was ist das denn hier? Star Wars? Sind wir hier im Weltall? Du willst mich doch hier vereiern. Einmal komplett mal kurz ins Weltall geruscht. Warum auch nicht? Und alles voller komische Geräusche. Die Decke ist am Boden. Der Boden ist an der Decke. Und hier geht's einmal ordentlich weg zu. Ach... Das ist... Boah... Da wird mir so schon vom rumlaufen hier schlecht. Ach... Ich dachte schon, das wäre eine Spinne. Oder ich fange langsam an zu spinnen hier. Was das hier ist nochmal irgendwie... Was zum mitnehmen und sonst ist hier nix. Hier ist sonst nix. Gut. Dann nix wie hier zurück. Und dann geht's hier weiter. Ich hoffe wieder Richtung Schwert irgendwie. Dann so... Ach nee... Ach bitte nicht. Jetzt sind wir hier schon wieder am Eingang. 916 haben wir ja erst von 1200. Da müssen wir noch einige Fundstücke mitgehen lassen hier. Und jetzt müssen wir irgendwie uns erstmal das Schwert krallen. Ich wette glaube ich so... Wie viele Heiltränke haben wir denn noch? Zwei. Okay, dann lieber erstmal doch nicht. Da sind auch Bogenschützen bei. Das heißt, wir können eigentlich gar nicht jetzt da runterhücken und uns das Schwert irgendwie direkt mal schnappen. Aber dann erstmal gleich abgesnipet werden, ja. Können wir da einfach runter? Soll ich es mal wagen? Dann kommen wir aber nicht mehr hoch, ne? Erstmal das Schwert holen und dann da runter. Würde ich jetzt vorschlagen. In der Hoffnung, dass hier sich wieder alles beruhigt hat. In der Zeit, wo wir hier abwesend waren quasi. Sie und unseren Herren die Chance gegeben haben, uns zu finden. Aber sie uns nicht gefunden haben. Ach, und da ist auch wieder der Dödel, ne? Können wir den vielleicht gleich mal mit dem... Mit dem... Breitkopffeil ärgern, wenn er nächstes Mal vorbeikommt oder was? Komm, dreht er eine Runde und... Er ist erstmal ordentlich drauf gegangen und wird uns jetzt wieder suchen. Aber immerhin gibt es jetzt eine Wache weniger. Und dann sollten wir eventuell doch hier... Äh, äh... Nein, nicht da lang gehen. Jetzt muss ich aufpassen. Kommt er hier und zu uns aufs... Wir müssen jetzt eigentlich da hoch, ne? Nein, der hat uns wieder entdeckt. Vielleicht sollten wir uns diesmal stellen und uns... Äh... Einfach mal irgendwie... Damit vergnügen, dass wir den jetzt erstmal platt machen. Glaubt nur nicht, ihr könnt euch leiden, verdammt normal. Wo ist der nur hin? Ja, komm schon. Oder ihr. So wie jetzt, Kollege. Ja, hier lang. Gute Nacht heißt es. Gut, dass deine ganzen Brüder jetzt irgendwie... ... schon auf der Erde liegen und pennen. Aber ich habe schon wieder Schritte. Das kann doch nicht wahr sein. Aber die werden auf jeden Fall die Blutflecken auf der Erde entdecken. Und dann sind wir sowieso gearscht und wissen, dass wir hier sind. Obwohl, hier sind die noch relativ versteckt. Aber der... Da läuft keiner. Doch. Da läuft einer. Ich höre irgendeinen. Aber den werden wir auch vorher erstmal irgendwie... Komm mit. Komm hoch gebudert. Hack hier. Und dann legen wir dich auch mal irgendwie ins Bettchen hier. Ah. Was mit dem Seil? Das Seil lässt uns jetzt hier nicht... Äh... Nein. Lass mich... Lass mich... War ich einmal irgendwie am Seil gestackt. Das ist auch ärgerlich. Das ist aber auch ärgerlich. Und jetzt hingeworfen. Und jetzt gleich wieder einmal zurück. Und dann werden wir hoffentlich... Boah, ich bin schon ganz aufgeregt. Und irgendwie das Schwert jetzt... Also nicht unser Schwert, aber... Wir sollten auf jeden Fall nicht so laut sein und erstmal... Dunkel machen. Und ich muss jetzt auch so ein bisschen lauschen, ob wir da nicht auch schon irgendjemanden wieder... So wie aus. Oder schon jemanden wieder auf dem Gang hören. Die hatten wir schon ausgemacht. So, dann mach ich da auch nochmal Duster. So, zappen Duster. Geh aus. Ach, und dann... Zwölf haben wir noch. Das sollte auf jeden Fall erstmal so... Ah, ja. Wo sind wir hier? Hier dreht sich doch wieder alles, ne? Nein. Oh nein. Wo sind wir denn jetzt hier? Holzboden. Auch lange nicht gehabt. Obwohl, die haben wir schon umgehend abgelegt. Also hier muss... Hä? Was ist das denn hier? Achso, das ist glaube ich der Gang mit den komischen Türen, die sich alle irgendwie verkleinern. Da hat man schon irgendwie einen abgesnipet. Vermute ich mal. So. Dann sollten wir eventuell hier mal... Boah, wo geht's denn hier überall hin? Da hab ich gar keine Lust drauf. Da hab ich gar keine Lust drauf. Da sind doch schon wieder zig Wachen, die hier da rumlatschen. Ach. Und da latscht auch schon wieder einer lang. Hallo? Hallo? Wo sind die denn? Sind die rechts oben? Sind die über mir oder was? Wir sind immer noch... Ach, wir sind in Etage 3. Okay. Also über uns können sie dann wohl nicht sein. Außer es hat irgendwie noch eine vierte Etage. Wir müssen auch langsam sparsam sein mit den Wasserfällen. Ach, komm schon. Komm schon. Wo geht's lang hier? Ach du, ach du meine Güte. Da wird ja eben richtig schlecht hier beim... Oh nein, da wird mir richtig schlecht. Wo geht's hier lang? Oh. Und da sollten wir auf jeden Fall irgendwie einmal schon... Und abgesnipet. Nein, doch nicht. Ach komm. Hier müssen wir doch irgendwie weiterkommen. Boah, was ist denn... Das ist doch irre. Das ist doch... Wo sind wir denn jetzt hier schon wieder? Waren wir hier schon? Hier waren wir doch schon, oder? Waren wir... Waren wir hier... Oder doch? Oder nicht? Ne, hier waren wir noch nicht. Boah, da kannst du das... Wer macht denn solche... Solche Umgebungsleppen hier? Okay, da kommen wir nicht ran. Können wir hier irgendwie aufmachen. Da können wir doch hoffentlich... Nein, können wir nicht. Der will nicht passen. Will vielleicht er passen hier. Ja, er möchte passen. Aber ich will eigentlich noch gar nicht weg. Ich will ja noch das Schwert irgendwie holen. Ach. Ich geh schon auf. Komm. Mach, mach, mach auf. Mach auf, Kollege. So, 3, 2, 1, Risiko. Geh auf. Ja, und wieder in die falsche Richtung. Ja, wir sitzen erstmal hier eine halbe Stunde am Schloss. Und freuen uns, dass es auch schon so schnell weiter geht. Und wir haben gar keine Eile hier. Wir warten hier ganz gemütlich. Und stoßen uns wieder den Kopf an der Tür. Und müssen erstmal wegswitchen. Und können dann hier erstmal aufmachen. Ah ja. Das kommt mir sehr bekannt vor. Das ist doch hier irgendwie der Marmorboden mit dem eigenartigen Bewuchs. Wo sind wir denn hier? Oh ja. Sehr praktisch. Eine Tür, die dahinter irgendwie komplett zugemauert ist. Das ist sehr praktisch. Habe ich auch bei mir zu Hause. Das hat dann den Effekt, dass das die Wohnung so ein bisschen größer macht. Also es ist gar nicht mal so verkehrt. Man glaubt einfach nicht. Wie? Man hat mehr Platz. Auch wenn's so nicht ist. Wo geht's hier lang? Wo geht's? Ich hab mich wieder komplett verlaufen, oder? Sagt's mir bitte nicht. Ich find den Weg hier eh nicht mehr raus. Da läuft glaube ich die Wache lang. Dann sollte ich eventuell hier nochmal kurz... Zapp! Und... Zapp! Ne, hier läuft keine Wache lang. Aber wir müssen doch hier langsam wieder... Wie, hm? Was, hm? Du hast noch vorher nichts gesehen. Ach, ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir lang müssen. Ich vermute mal jetzt doch hier rechts. Ja. Hier rechts halten, oder kommt uns gleich äh, Meister Nasenbär entgegen? Komm schon. Nein, ich bin... Ich bin schon wieder gestackt am Seil. Das gibt's noch gar nicht. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Geht's euch wieder weg, oder was? Komm schon! Komm raus! Ich hab hier was für dich. Einen, äh, Breitkopfpfeil. Einen sehr breiten extra für deinen Schädel. Hallo? Oder kommt er da? Nee, da kommt er nicht. Ach, schon wieder runtergefallen hier. Komm schon! Du bist doch sonst immer so zuverlässig mit deiner Patrouille. Hallo? Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Und gute Nacht. Mein! Nein! Und wir haben einmal komplett irgendwie daneben gezielt. Und... Jetzt sucht er uns. Na gut. Dann können wir auch hier beliebig in diese Richtung gehen. In der Hoffnung, dass es hier irgendwie richtig ist. Mein Gott, schon wieder... Was ist das? Oh nein. Wer bewegt sich dann? Hier, hier bewegt sich keiner. Ach, das ist doch wieder fast unmöglich. Und ich hab keine Ahnung. Geh ich mal hier lang, dann geh... Nein. War das jetzt hier richtig? Ich vermute mal... Äh...